Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Ab sofort werden auf diesem Kanal täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Es wird Ihnen schwer fallen, Entscheidungen zu treffen. Ihre erste Reaktion wird sein, extrem frustriert über sich selbst zu sein. Machen Sie sich nicht selbstfertig, nur weil Sie sich nicht entscheiden können. Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie in dieser Zeit alle Ihre Optionen abwägen. Unentschlossenheit ist in Ordnung. Gesundheit Der heutige Aspekt macht fast genug Feuer, um ein Streichholz anzuzünden. Kombinieren Sie dies mit Ihrer eigenen temperamentvollen Natur und Sie haben diesen Monat jede Menge Energie, mit der Sie arbeiten können. Nutzen Sie sie auf die gesündeste Art und Weise, die möglich ist, durch körperliche Betätigung. Überschüssige Energie muss mit dem Körper ausgedrückt werden, bevor sie in den Geist geht. Unverarbeitet kann diese Energie leicht in Wut oder harsche Worte umschlagen. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie so viel Wasser wie möglich zu sich nehmen, um das Gleichgewicht zu halten. Liebe Die himmlische Energie entspricht heute nicht Ihrer normalen Art, andere Menschen kennenzulernen. Sie ist viel zu schnell und unkonventionell. Es könnte jedoch sein, dass Sie durch eine Meinungsverschiedenheit mit einem neuen Menschen oder sogar mit einem geliebten Menschen plötzlich eine einzigartige Facette seiner Persönlichkeit erkennen, die Sie anzieht wie eine Motte die Flamme. Worte haben heute die Macht, Ihre Beziehung auf eine elektrische Ebene zu bringen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!